Psycho bitte einmal mit der Kau... Psycho... Komm mal zu mir, kein Erschlag. Psycho, hast du die Bananen? Nee, hast du nicht. Jemand hat Bananen nach Psycho geschmissen. Psycho mag keine Bananen. Mag der echt keine Bananen? Schließ mich ab! Aber gehört Bananen nicht zum Obst? Nein! Ihr mag keine Bananen, aber Obst! Das ist natürlich minus 22. Mach mal plus 0,5. Dann kriegt er 0,5 Slates. Michu, Michu, Michu! Voll gelogen. Wow, der ist geladen. Das ist jetzt gerade für mich Kacke! Es tut mir wirklich leid, Torben. Aber ich bin ein Safe Traitor und du bist Monster entnehmen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann nicht... Es tut mir leid, aber ich kann nichts machen. Es tut mir leid. Oh Mann, was ist denn das für eine Kacke? Das ist echt scheiße. Warum fahrt ihr eigentlich immer nebenher? Ich... Es ist so ein Pferd. Lolala... Ich bin Bockpferd. Oh! Das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Hä? Haben wir jetzt noch einen Detektiv? Wir brauchen unseren Detektiv. Dankeschön. Ach nee, du hast... Du Hugensohn. Du Hugensohn. Du Hugensohn. Du Hugensohn. Ey! Also warte. Hat jemand für die Runde bitte einen Deathcounter eingekommen? Beim Slay. Von Meju. Und vom Inno. Ich hoffe, du stirbst ihr nicht, du Hugensohn. Ich liebe dich, Top 10. Ey! Das ist so nett für dich. Benni! Warum könnte ich alle so toll sein wie du? Warum müssen alle Kacke sein? Warum müssen alle Kacke sein, die mich umbringen? Jetzt liegen auf der Map drei Detektiv. Ich hab Julian gekillt. Ich hab Julian gekillt. Ja und danach hast du den Detektiv gekillt. Ja, du bist reingerannt. Du bist reingerannt. Ja, die waren von Julian. Julian sagt, dass das deine waren. Es waren nicht meine. Ja, es waren meine. Es waren meine. Siehste? Mann, der klingt genauso wie Meju. Wie ein Verräter. Ein Monster. Siehste? Jetzt ist es weg. Der Schrank auf Durchreisen. Fuck you. Du bist es. Ein Null. Au. Oh. Ja, auf Psycho. Mein Fluchtweg. Spring. Spring jetzt, da stirbst du noch. Du überlebst eh nicht. Du wirst ein Kree-6 dieses Fenster machen uns aufschießen. Stein. Nein. Na, Alter. Und so einen wollte ich beschützen. Alter. Ich schlörte jetzt mit dem. Ich kann ihn küssen. Endlich. Ich lebe Torben wieder, damit ich mich heilen kann. Was? Na, okay. Er lebt schon wieder. Pfff. Ey, Stein. Ich hab ne ernste Frage. Woher hast du jetzt gewusst, dass es Psycho ist? Psycho hat sich nur dreimal mit dem Mannschaftlich geschossen. Was? Pocm***. lamps i c pfo John w Spencer. h terusation. Owen wirderst du aufss. Stein Stein. Ich weiß es genau, was du es bist. Dann machen wir einfach. Bock mehr zu sterben. Ja lebe ich einfach mehr, wenn ich sterbe als Traitor wieder, okay? Aber ich schub spaß das Traitor unten. Du lebst bei mir noch. Ich schaue, ich schaue, wie du genau vor mir stehst. Okay. Dann hol dir mal ne Waffe, pop, ja, perfekt. Ja, du bist grad nicht mehr da. Ja, ich bin tot. Aber wo? Ja, ich bin jetzt im Neta. Ähm, Heavy. Neta. Weißt du was? Traitor, oder was? Nur Traitor kommen schneller. Man sieht ja auch das so inno. Julian, wenn man so überlegt, sind die Traitor eigentlich gute Personen. Ja, ist auch so. Richtig. Das ist ja Trubel in der Terroristenstadt. Das heißt, eigentlich sind die T's, die guten Polizisten und alle hier sind böse. Auch der Dete. Der Dete ist der Anführer der Bösen. Hier ist es auch so. Dete, Meju, du bist der Böseste von allen. Ich weiß, und die Traitor sind ja eigentlich wirklich die Guten. So habe ich dich nicht erzogen. Hm, du hast mich auch gar nicht erzogen. Psycho, kannst du mich irgendwie 400 Sekunden anstecken, der mich hier rumfliegen kann, und wie du so mein Spaß haben kannst. Alles gleiche. Ähm, hier Psycho-Tricks, da hat grad jemand erschossen. Oh, Psycho ist Dete erschossen. Nein! Oh, bevor du... Wow, hast du ihn jetzt ernsthaft getönt, bevor ich... Ich hätt die Punkte gekriegt, wenn ich wenig... Oh, ich hab wohl die Punkte. Oh, ist vorbei. Ja, hier ist eigentlich noch mal abgeschossen. Also zock auf Rüge oder Freude an Jen. Hm, ich hab bitte auch... Ja, einer von den beiden ist es. Zock auf Rüge, geh weg. Du tötest jetzt Freude an Jen, oder ich wirf die Taub auf dich. Okay. Das ist eine ziemlich krass Drohung, weißt du? Genau deswegen, Michu, genau deswegen bist du der Anführer der Bösen. Richtig. Ja, natürlich, ich bin doch der Anführer der Bösen. Nee, die Tektiv ist halt wirklich der Anführer der Bösen. Die Traitor... nein, die Traitor sind ja die Guten in dem Spiel hier. Eigentlich. Das ist manchmal nicht mal... nicht mal ironisch, das ist tatsächlich so. Das ist für ein Date. Entweder du tötest sie, oder ich bring dich um, Mann. Ja, die Tektiv ist ja auch der Böse, theoretisch. Ja? Weil die Tektiv... die Traitor sind halt eigentlich wirklich die Guten. Das stimmt so. Aber warum heißt das Spiel heißt der betrubelnde Terroristen, statt wir sind alle Terroristen. Heißt das, wir sind gute Terroristen? Nein! Die Traitor sind die... Alle sind Terroristen und die Traitor versuchen die Terroristen aufzuarbeiten. Das heißt, theoretisch sind die Traitor die Polizisten, so im Prinzip. Ja, die Tektiv sind einfach ein Korrupter. Richtig. Hey! Kannst du mich wiederbeleben? Ui, die Tektiv ist tatsächlich der Anführer der Dings. Der, 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 der Leute. Der, 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 der Traitor. Der war's nicht der Schweizer. Ich glaube, ich weiß, warum... Ich will mich runterschlagen, aber ich bin innocent. Ich mein, seht euch die Map an, hier liegen überall Waffen. Das kann nicht sicher für ein Kind sein. Das lässt du mich. Ich bin Date. Ja trotzdem, da ist mir die Stimme. Kannst du mich wieder spawnen, zocker Freak, bitte? Ja. Jetzt weiß man lange, dass es halt Turben innocent war. Ja, jetzt kann ich das dafür, wenn ich mich wirklich verkriegt. Du hast's gemacht, Mann. Das war nicht 20. 23 Mal verkriegt, ups. Hä, ich hab einmal auf 23 gestellt. Achso. Sag mal 3. Wie schreibt man dich? Sag 4. Am besten gar nicht. Was? 3. Ja, ich muss schreiben. Ignorier das an den Sky. Ja, ich ignorier's. Du bist KOS. Ich bin überhaupt nicht KOS. Der hat den ganzen Tag auf mich geschossen. Und jetzt hab ich den gekillt und der hat Traitor. Ganz einfach. Aber leider bist du KOS. Deswegen müssen wir dich umbringen. So sind die Regeln. So sind die Regeln. So sind die Regeln. Detective macht mir Schaden. Wuhuuu. Halleluja. Ich hab mir auf meine Fresse eingeschlagen. Na na na. Halleluja. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir springen da runter, wenn du nicht bist. Eine Frage. Hm. Kannst du mich bespitzen. Ja. Und wir, du bringst dich hier um. Also das hab ich nicht glaub ich. Nein. Der. Nein, nicht runter springen. Der ist eigentlich nicht die Holi gestorben. Der geht mir die ganze Zeit schaden der Detective. Ja. Ich bin übrigens safe. Dann wollt ich nur mal sagen. Ich bin safe. Ja eben. Ich bin safe. Nein, ich bin safe. Dann wollt ich nur mal sagen. Ich bin safe deklarieren. Aber der Traitor gefehlt immer noch. Oh Gott, da ist er. Ich glaub Zocker ist es. Der sollte aus dem Schiffel schießen. Ja. Ich bin grad mit meiner Finger an den. In meinem Schiffel schießen. Und dann durch die linke Maustaste ausgelöst. Hinten wir einen Zocker. Hä? Ich bin doch gar nicht da. Ich war das doch gar nicht. Ich hab keinen einzigen Schuss abgesetzt. Ich hätte ihn ja getötet. Aber ich bin ja innocent. Es macht keinen Sinn. Ich bin abgeschossen von da hinten. Ja von mir. Von Miju. Hä? Ich bin verwirrt. Das klingt, ich fand ich doch gekohlen. Nein, ich bin überhaupt nicht. Ich hab den Detektiv. Ich hab den Traitor getötet. Immer noch. Miju, verstehst du das nicht? Ich habe gelogen, weil es Jill sein muss, du Idiot. Hinten ist tot. Oh lol. Oh nein, jetzt ist gleich... Ich bin lehnen durch, ich bin lehnen durch. Ja, dann töt deinen... Okay, du musst nicht hier noch. Du warst wohl... Scheiße. Äh, Zocker, äh, Psycho, du lebst noch. Du hast doch geschrieben, deswegen dachte ich, du wärst kurz am sterben. Oh lol, du Arschgeige. Jetzt hab ich meinen einzigen Freund getötet. Okay, wir waren keine Freunde. Er, ein flüchtiger Bekannter. Der hat mich mal vergewaltigt. Ich bin froh, dass er tot ist. Ja, so läuft aus dem Plast. Psycho? Ich bin echt gruselig, wenn du nicht mit einem redest. Dieses... Dieses nicht reden, ich mein dir viel gruseliger als diese Psycho-Spielchen. Merkt dir das bitte? Das ist einfach... Pfff. Ah, Psycho ist durchgekommen. Warte, wie zum Fick bist du behindert? Hä, jetzt höre ich's nicht mal mehr auf Tapp, das ist irgendwie seltsam. Du bist der Traitor. Ich wusste, jetzt soll ich mich jetzt umbringen? Mensch, Torben! Mama, hast mich gekillt? Ich hab immer gesagt, ich... Ich hab einen Traitor gejalt. Hä, was? Ja, ich hab dich gekillt, weil der Detektiv letztes dich gekäultert hatte. Und dann war ich verwöhnt. Ja, der hat doch mich vorher auch schon angeschossen ohne Grund. Ja, aber er hat nicht gekäultert, ich war den Detektiv und der war tot. Ich hab... Ich hab nicht an... Ich hab nicht... Ich hab nicht angeschossen. Ich hab runtergebracht. Ich hab auch nicht geschossen. Ah, geil, ey. Ich hab dich runtergebracht. Hauptsache, ich hab einen Traitor gekillt und Torben killt mich aber trotzdem. Kein Problem. Ja, weil... Ich hab gesehen, wie du alle getötet... Ich dachte, das ist ein Traitor. Ich hab ein... Ich hab eine Person getötet. Ne, zwei. Also einen Innocent und einen Traitor. Ich hab mich vielleicht versprochen, ich wollte vielleicht Psycho sagen und ich... Nee, du hast glaub ich gesagt Hinterzockerfreak Psycho. Du hast gesagt Hinterzockerfreak Psycho. Du hast gesagt Hinterzockerfreak. Wir brauchen diese Beide so raffiniert. Ey, Torben muss es. Und bitte den Credit geben. Oder ne, zwei sogar. Ich will ihn dann. Trotzdem, wenn er jetzt keine Zeit zahlt. Es kommt so ein kleiner Meetroom, Diego und bringt mich eh gleich rum. Ja, ich will auch... Ich töte dich sofort, wenn ich dich sehe. Also, was soll ich denn sonst machen? Ich stehe jetzt überall in MyTwitter auf die Map, du Penner. Oh, nee. Okay, ich bleib noch an einem Platz. Ich bleib mich... Ich bewege mich... Ich bewege mich nirgendwo mehr hin. Ach, du bist immer noch nicht wie Sport. Nee, gib ihm bitte 50-fach HP. So 5000 HP. So ein Panzer. Oh, gibts noch diesen... Haben wir noch den Bulldozer? Ja, nee, keine Ahnung. Oh, ich wollte die gerade in die Mülltonne schieben. Ah, weh, weh. Äh, das waren normale Geräusche? Der kommt noch, der kommt noch, Leute. Keine Panik. Was hast du gerade eingekillt? Zu 500? Alles klar. Ja, du warst 50-fach, weißt du 50-fach wer... Das war ein Spaß. Ich meinte, also verdoppelt war schon gut. Nee, 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 jetzt hast du dir selbst eingebaut, der Penner. Ich werde jetzt hier in deinem Leben und bringe ne Micho um. Er läuft da hinten. Ja. Nein, ich will doch ne Micho umbringen, Mann. Was sagt er ein Verbrechen? Wohl ja eigentlich nichts. Nein, aber ich bin so innocent. Da hatte er gerade selbst zugeben. Was ich nur wieder gesagt haben. Kommt ein Digle Headshot, der ist eh one-hit. Wobei ich weiß nicht, ob der 500 HP... Tom ist es... Ah, ich hab noch bestimmt schon Headshot gegeben, oder? Nein. Sie machen mir eh nicht genug Schaden, Penner. Alle auf Tom. Warum denn ich? Ich bin ja... Ich schwör, ich bin Inno. Leute, ihr müsst mir vertrauen. Wie lange kennen wir uns? Ja, stimmt. Lull. Nein, ich lauf mir nicht vor meine Waffe. Ich hab... Wie viel HP hast du noch? Wir haben ihn uns in den Rücken geschossen. Das wollte ich nicht. Dann war mein Fach doch richtig... Ich bin die ganze Zeit Jan hinterher gelaufen. Alter. 500 HP, Alter. Putz! Sorry. Ey. Putz! Shit! Beim nächsten Mal bitte nur 5.000, danke. Nur 5.000? Echt? Okay. Ich wollte mir sogar mit einem HP. Das wär fair. 200, 250 wären okay, aber 500 ist einfach echt zu viel. Ich mein, der hat mir einen Fettstück gegeben und ich hab's überlebt. Ja, ein Teelektrat, Alter. Ja, ein Teelektrat, Alter. Alter. Au! Ja! Au! Ey, ich bin kein Tee gewesen. Ach egal, das bin ich im Tank. Ne, egal. Au, ich werd angeschossen. Nochmal. Ich hab noch genug Leben. Okay, das reicht jetzt. Hab ich ungefähr so viel wie alle. Ich hab 76. 76. Was? 76 hab ich. Was steht bei mir? Steht jetzt irgendwie, ich bin sehr, sehr gut geheilt und hab sehr, sehr gute Leben. Ne, healthy einfach nur. Schade. So, so, über healthy. Das war den ganzen Tag Sport. Over healthy. Mh? Over 9.000. Psycho, kannst du mich ja noch, kannst du mich bitte einmal mit der Crowbar schlagen? Dann hab ich nämlich so viele AP wie hier. Psycho, bitte einmal mit der Crowbar, Psycho, 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 Psycho. Komm mal zu mir, ich kann mich erschlagen. Psycho hast du die Bananen? Ne, das hast du nicht. Jemand hat Bananen nach Psycho geschmissen. Psycho mag keine Bananen. Mach der echt keine Bananen? 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 Mach schießt mich ab? Okay, so, Gott, wie geht's das? Äh, aber ihr gehört, ihr gehört Bananen nicht zum Obst? Nein, ich mag keine Bananen, aber Obst. Hä, was, Alter, wo schießt ihr denn auf mich? Oh. Oh, beide, beide Zelle. Scheiße, wer weiß, ein bisschen kacke. War das nicht? Was, ich nicht? Nein. Ich war nicht oben, ich war in dem Erdgeschoss hier drin. Die Banane war von mir. Hast du das geworfen? Nein, hat er nicht. Ich würd' mal sagen... Boah, du kleiner Randomer. Du Randomer. Ich hab nur 150 AP und du hast mich gewornt. Wer ist jetzt hier der Traitor und Hacker, hä? Ja, der Traitor war ja natürlich, weil das ist eigentlich auch Traitor. Ich bohre dich jetzt einfach nicht nochmal. Ja, mach das. Er hat so viel AP jetzt in der letzten Runde einen Plus gehabt, dann braucht er jetzt null. Du hast mich ja einfach meine Ehre verwendet. Jetzt die Runde, oh. Du hast meine Ehre verwendet. Das ist ne Ansage. Dann machen wir's anders, machen wir's einfach so. Ähm. Ich werd sie wieder enttinken, Leute. Stein, wenn du Traitor bist, sag bitte Piep, dann kann ich dir nen Headshot geben, das wär voll cool, bitte. Nein, nein. Äh, Stein, wie macht die Maus? Ja. Ja. Nein, das ist die andere Maus. Nein, die macht Piep, oh verdammt. Okay, ne, ich töte jetzt Thor, er hat Piep gesagt. Seht gar nicht an. Wisst ihr wie viel HP? Ich hab 10. Er hat mein HP auf 10 gesetzt. Ja. Du hast Piep gesagt, ne, ich töte dich jetzt. Das hab ich vorhin nicht. Na, ich geh da nicht ab. Ich sehe Thor, dann töte ich dich, ne? Obwohl du safe Eno bist, also. Ja, deswegen, da kenn ich gar nicht. Du musst mich immer mit der Grober töten, weißt du? Du musst mich mit der Grober töten. Ach, stimmt. Ich war's nicht, ich war's wirklich. Nein, nein, nein. Du hast gesagt, du bist mit der Grober töten. Du hast schon ziemlich schießt. Natürlich war das viel. Benni, ich bin Detective. Hallo? Wir machen jetzt ein Mahnmal. Warte. Jetzt, okay. LOL, LOL, LOL. Soccerfreak wurde einfach vor mir weggemacht mit einer Sniper. Ich hab übrigens, nein, die Bachelor Nutzerinfo. Ein Mahnmal. Auf dem Dach. Hast du gerade eine Hand? Okay, Julia, im Psycho könnte es nicht sein. Nee, geht unmöglich. Das ist alles. Warum können wir jetzt beide nicht sein? Hä? Weil ihr beide gerade auf einem Dach wart und zack, hier vor mir weggemacht wurde mit einer Sniper. Ey, Alter. Psycho ist es. Psycho ist es. Psycho ist es. What the fuck, Psycho? Warum? Der ist aggressiv. Oh. Das war schon cool. Ich wusste schon wieder, dass es ein Stein ist. Warum Psycho? Warte. Ich hab nichts gemacht. Ah, das Trick ist cool. War ein geiler Headshots. Nicht schlecht. Gut, hör jetzt auf oder wie machen wir jetzt weiter? Ciao. Ciao. Pau. Du kannst doch auf. Das wird's. Danke. Tuch. Lä. Und Diagnose. Dau. 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 Bis zum nächsten Mal.